Mein Name ist Henrietta Lohs, ich bin NMS-Lehrerin aus Wien. MOOCs sind für mich eine kostengünstige, ortsunabhängige Möglichkeit, an internationalen Fortbildungen teilzunehmen. Sei es zu Themen, die den Unterricht behandeln oder auch zu privaten Interessen. Zu letztem gehört die Empfehlung, die ich Ihnen heute abgebe. Prof. John Kovac bietet über Coursera, über die Universität von Rochester, New Jersey, einen Kurs zur Populärmusik an. Er beschäftigt sich hierbei musiktheoretisch und musikhistorisch mit den Rolling Stones, den Beatles und der gesamten Periode zwischen 1950 und 1990. Als echter Beatles-Fan war es für mich ein Muss, an diesem Kurs teilzunehmen. Der Kurs ist in verständlichem Englisch gehalten. Musiktheoretische Grundlagen können durch beigelegte Videos nachgelesen werden. Und jede Woche sind einige Videos anzusehen und am Ende der Kurswoche gibt es einen Multiple-Choice-Test. Am Ende aller sechs Kurswochen gibt es eine große Überprüfung und man kann dann ein Zertifikat über Coursera erwerben. So bin ich ein zertifizierter Beatles-Fan. Als Geschichtslehrerin kann ich an den Beispielen der Beatlemania die Kulturgeschichte der 60er Jahre aufrollen und auch anhand von Beispielen die Entwicklung des Tonbandes bis zur CD erklären und weiß nun mehr über die wirtschaftlichen Zusammenhänge im Musikbusiness. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020